hallo dazu kommen ich bin's wie lias und heute das video für euch und habe ich heute die sechste location für die perot pflanzen für euch am start und wo ihr diese genau finden können zeige ich euch jetzt auf der karte und zwar könnte die sechste location ziemlich weit im norden von dieser stadt von los santos eben finden hinter so einem haus ist glaube ich so etwas ähnliches wie ein abwasserrohr wenn man das so nennen kann auf jeden fall kann man da eben diese pflanze finden ich persönlich habe es jetzt erst gar nicht gesehen deswegen ist einfach genau schauen und dann sollte es eigentlich keine schwierigkeiten bringen ich persönlich habe mich hier eine kuh verwandelt aber wir können euch auch in verschiedene andere tiere verwandeln und ja dann war es mit dem video falls euch das video gefallen hat dass das so tun muss und das war's von mir ich bin da weg ciao haut rein ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017